In einer mondänen Hotelbar in London sitzt die Außenministerin, geschafft nach einem sehr anstrengenden Tag. Sie ist bekannt für ihre Vorliebe für einen guten Martini und genießt es nach einem langen Tag zu entspannen. Der Barkeeper, ein gestandener Mann vom Fach mit einem gepflegten Schnurrbart, stand hinter der auf Hochglanz polierten Bar und wartet geduldig auf die Bestellungen seiner Gäste. Als die Außenministerin an die Bar tritt, lächelt sie freundlich und sagt, einen Martini bitte. Der Barkeeper fragt höflich, dry. Die Außenministerin mit einem verwirrten Blick schüttelt den Kopf und antwortet verlegen, nein, einer reicht.